Musik Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Und ja, Leute, es tut mir leid Ähm, ich hau den mal hier unten weg Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Irgendwo hier sind die Zombies Hier unten vielleicht, ne Okay, irgendwo hier ist ein Zombie Zombie? Zombie? Was ist er denn? Wo sind sie? Zombie? Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play F2B ist das Megaprojekt Guckt euch das an Nein Äh, ich hab keine Ahnung, wo die Zombies sind Ich hab noch kein Bett Und... Ja Ich hab noch fast gar nichts Was ich jetzt machen könnte, ist erst einmal Ähm... Nein, kann ich auch nicht Toll, super, klasse Freut mich nicht Oh nein, nein Ich brauch eine neue Schaufel Ach je Nein Ich hab keinen Stein mehr Okay Äh... Bitte nicht Boah, weh hier sind jetzt die Zombies und killen mich Ey, das... Ich muss das hier zubauen So Ja, die krummeln hier rum Ich hab da keine Ahnung, wieso, aber Wenn's sie glücklich macht, bitte So Ich hab mir... Ich hab mich hier voll zugebaut gerade Sehr gut So Erstmal wieder hier raus So Ich hab keine Ahnung, wo der ist Ey, der ist bestimmt hier oben auf dem Haus oder so So Ähm... Mach ich mir erst mal eine neue Schaufel Ja, erst... Das ist die jetzt die zweite Folge Und, äh... Ja, erste Folge hat ziemlich lange gedauert Ich hab noch gar nichts Ich hab... Ich hab nur Kupfer Hier Da, toll, ne Das war's aber auch Ich hab nichts zu essen Wenn mich jetzt irgendwas attackiert, äh... Sterbe ich Ich frag mich, ob der hier oben ist Aber... Wieso... Ist jetzt bestimmt da vorne irgendwo drin oder so Müsste aber mal rausgehen hier Sonst Wär das ja langweilig Zombie? Zombie? Der... Ah, der Kripper hat mich gesehen Nein, der kann hier rüber Hau Ab, du Pisser Hau ab Hau ab Stirb Ah Okay, äh... Was? Wo? Warum? Wer? Was? Ich werd ein Zombie Okay, hier scheint wohl noch eine Höhle drunter zu sein Und die Bäume sind gewachsen Ich kann hier wenigstens schon mal ein bisschen Kohle machen Und... Äh... Neue Bäume anpflanzen Ich hab immer so ein... Einen Blick auf die Map So Äh... Ja, und da müsste ich jetzt hier echt nur noch... Auch noch warten Ich hab keine... Hab ich keine Zombies, äh... So, okay Dann mach ich mir jetzt erst mal ein paar Fackeln Und leuchte hier alles schön aus So Äh... Hey Zombies Gib mir ein bisschen Zombie-Fleisch Da sind schon zwei Gibt's ja gar nicht Ja, Skelett Da ist noch ein Zombie Die werden mich umbringen, wenn die mich sehen Da Scheint wohl irgendwo ein Skelett zu sein Oh Gott Das... Oh, bitte nicht Bring mich nicht um Nein, ich höre ein Skelett Soll ich mich umbringen? Das ist eigentlich nur sinnvoll, oder? Ich weiß nicht, Mensch Ähm... Ich erstmal hier meine Spitzhacke Ich denke mir so Wenn ich's... Wenn es sich ergibt, dann... Ja Und wenn ich dann nicht Na Drei So Ich lass mal erstmal alles hier Falls die mich doch killen So Ich mach erstmal hier Fackeln, ey Das ist das Allerallerwichtigste Zwölf Fackeln Okay, okay, okay Skellis So Äh... Das ist irgendwo ein... 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 Ein Creeper Geh mir den Setzling Danke Äh... Das ist da... Da vorne bestimmt dran, oder? Oh, ich glaub, ich hab das Skelett gesehen Sicher bin ich mir dabei nicht Ich geh jetzt mal hier hinten noch hin Bitte Bitte, bitte, bitte Hört mich nicht Bitte, hört mich alle nicht So Wow, noch ne Höhle Ich hab hier fast ne Höhlen, ey Krass Äh... So Was wär? Warum? Ich glaub, ohne Gras sieht man auch ein bisschen mehr So So, drei Fackeln haben wir noch Da ist nur ein Zombie Ja, der könnte mir mal ein bisschen Zombie-Fleisch abgeben Nein! Verflucht nur eins Wo bin ich denn hier gespawnt? Ach, okay Keine Ahnung wo Das... Wieso spawn ich denn hier? Ey, das ist ein fremdes Grundstück Ich will wieder hier raus Okay, dann gehen wir hier so So, äh... Ja, ich bin irgendwo am Ende der Welt hier angelangt Super Da ist schon der nächste Zombie Verzieh dich, du Pisser Toll, am Ende der Welt, ey Krass Nein, ne Spinne Lass mich in Ruhe Noch ein Zombie Renn Los Ui Naja, zumindest hab ich jetzt keinen Hunger mehr So Ja, äh... Was ist das denn da? Ach, das ist ein Zombie Nein, den will ich mir erstmal einheimsen Dem werde ich erstmal was erzählen Komm mal hier rüber Wo ist ein Skelett? Ich glaub der... Der... So, aber lebt ein bisschen Au Ah, stirbt So Hab ich... Hab ich was von dir gekriegt? Näh Wieso sollte ich auch, ne? So, ich werd hier erstmal den Latest Death Ach, was mach ich denn da? Ähm... Wegpunkte Den erstmal löschen So Fertig Ja, ähm... Dann werde ich heute echt jetzt mal farmen gehen Ich geh jetzt hier rein Scheißegal, was da drin ist So Okay Also hier unten geht's noch weiter Hier scheint irgendwo ein Zombie zu sein Hi Skelly Lass mich in Ruhe Ich will nichts mit dir zu tun haben So Erstmal hier ein bisschen aufräumen Mensch, das ist ein Durcheinander Da dahin Und da dorthin Und so Wow, ich hab'n Pfeil Hat ja echt viel zu tun Mit mir jetzt gerade, ne? So Ähm Ich kann mal gucken Was hier das Weed macht Dann könnte ich mir auch vielleicht ein paar Äh... Ne Mit Essen sieht's schlecht aus Hä, was hast du denn für ein Problem, Char? Hm... Soll ich jetzt mal losgehen Oder nicht? Ja, ich glaub schon Oder in die Höhle gehen Das ist hier die Frage Soll ich mal hier reingehen? Eins, zwei, drei Oder so? Ich baue mich mal hier runter So Hallo? Hier mal zu Hause? Wo ist denn jetzt mal der Zaun gewesen? Äh... Ja, irgendwo... Ah, hier ist der Zaun Okay Soll ich das mal so Ich will ja nicht, dass hier noch irgendwelche Viecher reinkommen Ich baue das mal weiter Ja, voll die fette Höhle hier Krass Toll Mann, wieso hab ich so viele Höhlen? Aber Ist eigentlich nur gut, weil So Das hätten wir Und hier geht es nicht Oh, hier geht's Hier weiter Also es sieht fast so Als wenn hier schon jemand Was schon Ge... Nicht gegrieft hätte Wollte ich schon sagen Hallo? Ich bin noch auf meinem Grundstück Oh Gott Ja, heilige Scheiße Ist ein Zombie nur, ne? Der Mann Wieso sind die so fette Löcher drin? Mann, das gefällt mir nicht So Äh... Eine Fackel haben wir noch zur Verfügung Zombie Kannst du mal Hallo sagen? Hallo? Warte, warte, warte So, jetzt Ich mach dich fertig So, ich muss mal gucken Das ist alles auf meinem Grundstück? Na toll Hallo? Guck, guck Jemand zu Hause? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Nö, da geht's nicht weiter Ich hab keine Fackel mehr Ich glaub, hier geht's gar nicht weiter Ich kann das alles zubauen Keine einzigen Ressourcen Also es ist schon fast Das sieht mir auch aus Als wenn hier Kohle drin gewesen wäre Aber Ja, äh... Geht's hier weiter? Nö Okay Was aber auch komisch, oder? Keine einzigen Ressourcen Keine einzigen Super Da geht's auch nicht Ich muss hier wieder raus Ah, hier Okay Äh... Hier so Raus Raus So Ich will hier raus So Äh, ist schon wieder ein Hund Ich höre schon wieder einen Hund Okay Ähm Wenn man den Rest, glaub ich, anpflanzt Und dann laufe ich mal los Ey, ist ja voll öde hier Was ich mache Ich schau mir mal Das letzte Steak rein Was ich hier so habe Ähm Von wegen Steak, ne? So, ich renne jetzt mal in die Richtung Wee Wegpunkt haben wir ja Ähm Ich weiß nicht, inwieweit Ihr seht hier, dass hier schon Ressourcen sind Aber Ich weiß nicht, inwieweit Ich das schon abholzen darf In der Entfernung So Hier war ich Letzte Mal Ups, in die Richtung gelaufen hier So, hier haben wir auch einen coolen Coolen Blah Einen coolen Vulkan Wo ich mir dann später auch so ein paar Sachen hole Da haben wir, glaub ich, noch ein Schaf Aber das hilft mir beim Essenszeug auch nicht Hier hab ich Kupfer geholt So Ähm Ach, das war sehr schlau So Hallo Aber die haben bestimmt schon alles abgeschlachtet Was hier in der Ecke ist Hallo Da ist ein Huhn Da ist ein Schaf Äh, ein Schaf sag ich schon Das ist ein 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 Schwein So Das Huhn hole ich mir mal Ich glaub das sollte Weit genug entfernt sein Äh, Schwein kannst du mal eben Suizid begehen, bitte Oh, hier ist auch noch ein Hä? Hundis Schweinchen Ja Was wird zu essen getroppt? Ey, was für ein Oh, da Okay So, den Hund wählen greife ich jetzt mal nicht an Aber gut zu wissen, dass hier welche sind Schwein Lauf Boah, der Schwein ist schneller als ich Äh So, außerdem brauche ich Rubber Trees Äh Mal sehen Hundi Oh, hier ist Schwein Schwein, Schwein, Schwein Oh Noch ein Schwein Ey, ich bin 220 Meter von zu Hause weg Das sollte ja wohl reichen Das ist, das sieht mir schon fast nach Ähm Ist das normales Holz? Äh, ja Eichenholz, okay Ähm Je, voll die Ölverschmutzung hier Ich gucke mal eben auf der Map Was es so gibt hier Vielleicht Ups Vielleicht finde ich da was Hallo? So, nochmal rauszoomen So Ähm Vulkan Da vorne sieht das ganz interessant aus Aber so Sumpfmäßig Ja, ich muss in die Richtung Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen Toll Super gemacht Habt ihr alle toll hingekriegt Ey, hier ist ein Gibt's hier Eisen? Ah, ich trau mir den Ich trau mich nicht Da hab ich schon wieder den Fahnen verloren Ah, okay Doch, hier in die Richtung Schweine Schwein, 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 Schwein Du renn nicht vor deinem Verderben weg Mensch So So Wir haben noch 15 Minuten Und für die eine Folge Ne, da ist auch nichts drin Hunde, Hunde, Hunde Äh Und Hier gibt's Oh Leck Hallo Ähm Ja Ich brauch ein Sumpfgebiet Gucken, ob's hier was drinne gibt Hallo Ich hör ein Skelett Ich hör eine Spinne Ach, da Das sind keine Dias Braucht euch nichts bei denken Ich zoome mal lieber rein Äh Ich glaub Ich guck mal hier So Ah Ein Creeper 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 Wow 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 Beschissenes Fido Mann Nein Was 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 Achso Ich hab Hunger Okay Ah Zufrieden Ich will Oh Hier ist Sumpfgebiet Genau da wollte ich hin Vielleicht kann ich mir auch ein paar Pilze mitnehmen oder so Mir eine Pauzopper machen Oh Oh Hier war schon jemand Da brauch ich gar nicht erst reingehen Gut zu wissen Ich brauche Zuckerrohr und ich brauche äh Gummibäume Ich geh mal in die Richtung denke ich Gibt's auch Sand Auch gut zu wissen wo ich da meinen Sand herkriege Hä Ist das Sand und das ist Sand Oder was Ja Okay So Gummibäume Also Hunde gibt's die schon mal genug Das ist gut zu wissen Hier sind noch Oh Ist nochmal zu essen So Ich nehm alles Was ich kriegen kann Oh ne 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 Brauchst gar nicht so auf mein Essen schielen Du kriegst nichts Ey wollen die mich verarschen Keine Gummibäume Das ist doch fast unmöglich Oh Das sieht mir nicht Äh Freundlich aus Da drinnen Ach komm Was ist denn das für ein Baum Der ist so riesig Was ist das für einer Ist das ein normaler Great Ah da kannst du nur Stickies Wie Da kann man nichts draus machen Ach komm Witzig für Eier ne Ist der zu Deko da Oder was Kommt schon Gummibaum Kann doch nicht so schwer sein Hier haben wir Oh Ja wer hat denn da Sein Grundstück Beansprucht Naja hier ist noch genug Stein Ich brauche auch Eigentlich Marble Das wäre auch nicht schlecht Ähm Und so viel Zeit haben wir Jetzt auch nicht mehr Oh ich höre Da Das Huhn Das ist Tod So Ah hier ist noch eins Bleib stehen So Und jetzt gehe ich glaube ich mal In so eine Höhle rein Oder Au Nein Okay Boah voll die große Höhle Ja Boah ey Gibt es doch gar nicht Ich wollte eigentlich Eine produktive Folge machen Aber bis jetzt ist das voll Für den Arsch Wenn ich das mal so sagen darf Ey haben die schon alle Gummibäume weggegrieft hier Oder was Ich bin nicht mehr im Sumpfgebiet Ach toll Hui Guck mal hier Das Vulkangestein Geht bis in den Sumpf rein Ich Wie weit bin ich denn schon weg Ah nur 200 Meter Boah Es wird dunkel Das ist dann Ey ich kann dir die Schafe killen Dann kann ich mir ein Bett machen Das ist eine gute Idee Weil das Schaf Kriege ich sowieso nie nach Hause Ey wenn du jetzt Zwei Wolle Abgreifen Tust Stirb Ah ein Wolle Okay Dann Du noch Bitte 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 Gib mir ein Wolle Ja Geil Okay okay Ganz ruhig Ganz ruhig Neun crafting Dings Da Boom Da Ähm Nein so So Äh Und Ein Bett machen Ein Ach komm schon So Äh ich müsste mich auch hochstecken Also sonst Total Ich gehe total verrecken So Oh toll Ey Äh Ja ich werde nur runterhungern Bis ein Herz Bis ein halbes Herz Aber es sollte reichen Dass mich einer Wenn mich jemand killt Bin ich tot So Ach fail Nein Rest in peace Rest in pieces So äh Ja soweit das Wenn ich mal hier den crafting table aufstellen Und mir ein Ein Bett craften So Nein ich brauche ja drei Bin ich denn blöd Scheiße Ich werde das nicht überleben Da vorne ist ein Skelett Oh Mann Das ärgert mich jetzt so Bin ich denn blöd Mann Toll Und jetzt Ich muss in die Richtung weiter gehen Das hat auch keinen Sinn Da vorne geht anscheinend Es noch weiter Tja das heißt schwimmen Toll Diese neue Sporthart heißt schwimmen Willkommen Leute Zurück zur Minecraft Olympiade Im Freischwimmer Und ich glaube Irgendwas ist hinter mir Nö Okay Äh Ich bin immer auf der Suche noch nach Ist das ein Element da hinten Nö Ich bin immer noch auf der Suche Nach einem Gummibaum Einem einzigen Der ein paar Setzlinge Abwerfen sollte Was Wer Warum Oh Hallo Da geht es in die Höhle Nein Das ist ein Sp... Ihr habt alles gesehen Ne Geil Okay Ähm Und ich werde gleich Nicht Save Fertig Zurück Geh hoch Geh hoch Schwimmen Okay Das werden wir ein anderes Mal Erkunden Vielleicht auch schon nächste Folge Die ich gleich Aufnehmen werde Aufnehmen werde Das sieht mir nach Schlucht aus Hier So Ähm Da Gummibäume Da will ich hin Sorry dass ich ein bisschen Durchgedreht bin Gerade Aber Okay Ab in die Richtung Das ist ziemlich weit weg Von zu Hause Ich bin ja gar nicht geschwommen Gerade Fail Ey ist das hier immer noch eine Schlucht Hallo Hallo Ey das Wasser hat sich geändert Ich trau mich da nicht rein Solange ich keine Rüstung Und gar nichts habe Brauche ich in solche Höhlen Gar nicht reingehen Da ist auch Zuckerrohr Gut Das heißt Da war noch keiner Schwimmen wir mal schneller Ey Weißt du was Kaum habe ich den Gummibaum gefällt Und habe ein Setzling Und Zuckerrohr Werde ich gekillt Ich sehe das schon kommen Aber eigentlich könnte ich ja was futtern Ne Ich gehe mal hier auf so ein Lillipad drauf So Und futter mir jetzt einfach mal ein rohes Steak Hi Creeper Du willst ja nicht auch etwa zu den Gummibäumen Oh man Ich fresse die Da ist noch mehr Zuckerrohr Was wer Warum Achso das sind die Anderen Viecher Es scheint mir auch Dass sie nicht bewacht werden Hi Creeper Creeper Boah Ich müsste da eigentlich auch hin Da sind noch mehr Gummibäume Aber ich glaube ich warte jetzt erstmal Was Ich habe kein Crafting Kann ich hier Erde auf mein Lillipad stellen Ich weiß es gar nicht Ne Schade Äh Ich brauche ein neues Schwert Ähm Aber Da können wir auch Abhilfe schaffen Ne Können wir Doch können wir Mal sehen Ob das noch machbar ist War das nicht Äh Ne Okay Dann Geht das in Ultimate nicht Äh Wie lange dauert das noch Äh Oh Gott Wir haben gerade Mitternacht Der Creeper hat zu tun Okay Das Ich muss weiterschwimmen Es geht nicht anders Vielleicht erstmal hier auf die kleine Insel Und dann So rüber schleichen Ich muss mir erstmal ein Schwert machen Mein Schwert ist geburt Äh So Ey 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 Geh wieder hoch Bist du verrückt So Äh Da hinten sehe ich einen Creeper auf der Map Irgendwo Nein Ich habe keinen Ich habe keinen Stein mehr Boah ey Das ist so eine Fail Folge Es geht gar nicht Kacke Wisst ihr was ich mache Ich mache das hier Da haben wir schon einen Stein Würde mich nicht wundern Wenn ich hier gleich noch ein bisschen Äh Kohle finde Vielleicht So Kohle bitte Ähm Ey hier haben wir schon mal Eisen Okay Da kann man sich nicht beschweren Glaube ich Ne Ich brauche Ich brauche auch Äh Licht Und so Wäre nicht schlecht Und ich sollte oben zumachen Damit der eine Creeper Der da schön rumplanscht Da hinten Äh Nicht so reinfallen da Kann So 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 Dann machen wir hier mal kurz zu Ja ich weiß Das ist stockduster Aber Ich mache mir schon einen Ofen Man Seid doch mal ein bisschen nach Ich sehe ja auch wenig Äh So Mache ich mir erstmal einen Ofen Und dann kann ich auch mein Essen braten Vielleicht kann man dieses Great Wood Zeugs hier Verbrennen Also es scheint mir so So Jetzt muss ich mal gucken Hier Äh Aber ich muss mir erstmal Fackeln machen Geht das Ja Okay Ja wir sehen was Ein Wunder Hey wir haben zwei Eisen Geil Voll Voll der große Erfolg War Fehl Äh Wow wir haben ein Kohle Wir können uns Fackeln machen Die ich natürlich dann nachher wieder mitnehme Äh So So Äh ich wollte was zu essen braten Dann werde ich gleich mal das Holz hier verbrennen So So Ich hoffe mal dass hier noch mehr Eisen ist Äh Das gibt es ja gar nicht Hätte ich jetzt echt nicht gedacht dass hier noch mehr Eisen ist Aber naja Solange es noch dunkel draußen ist Grabe ich mich mal in die Tiefen hier In der Hoffnung noch irgendwas zu finden Und äh ich würde schon fast die Folge wieder wenden Aber ich weiß nicht Eigentlich ja Aber irgendwie auch nicht Ich will nicht Komm schon Ein bisschen Kohle wäre nicht schlecht Ja Mach mal eben ein Licht damit ihr was seht Ich nehme die Fackeln aber alle Schwerter wieder mit So äh es sind glaube ich nicht so große Kohle vorgekommen wie bei Minecraft Oder so Aber schon mal Kohle Geil Endlich etwas Boah ich dachte Ah Eisen Boah ich freue mich für jede Kleinigkeit gerade Hauptsache meine Spitze macht Äh Spitzhack macht noch mit Ja ich weiß Grab niemals unter dir Bla bla Aber Das ist ein Notfall So Cool Wir haben Eisen So hat sich schon wenigstens etwas gelohnt Und dann kriegen wir später noch ein paar Gummibaumensetzling Und man kann eigentlich fast nie gucken Ob es tags draußen ist Ne Das hört sich nach Höhle an Ist mir aber auch scheißegal eigentlich Ähm Ich will hier einfach nur raus Danke Äh Fackel Ja Cool Dann gehe ich hier mal wieder raus Weil ich irgendwie das Gefühl habe Dass es schon wieder Tag ist So Mal gucken Ja Okay cool Dann haben wir was zu Futtern gekriegt Ja Das eine können wir aber auch noch verbrennen Komm hier das letzte Holzstück Ich hoffe mal das macht noch mit Und ich mache mir gleich noch mal ein paar Fackeln So Ey das läuft gut Guck mal eigentlich das eine Stück Reicht das noch? Ne Okay Dann nicht Gehen wir in den Ofen So Fackel Mein Crafting Table Gib her Ach ich wollte mir ein Schwert machen Mensch Bin ich denn blöd? So Schwert Wo sind die Sticks? Ich hatte gerade da noch welche Bin ich blöd? Ja Du bist blöd Ich dachte echt Ich hätte welche gesehen Okay Dann halt kein Mensch Oder habe ich die hier weggeschmissen oder so? Ne Ach okay Auf geht's Ab ins Abenteuer Äh Dann nehmen wir gleich mal den Baum hier für ein bisschen Holz Dann baue ich mir ganz schnell mal ein Schwert Aber so richtig schnell ne? Ihr wisst schon Ach stimmt Ich habe die Fackeln gemacht Jetzt weiß ich wieder was war So Ein Schwert bitte Danke Und können wir gleich noch eine Spitzhacke machen Ich sehe das gerade so Wir können es das leisten So Und dann fühle ich mich schon gleich sicherer Äh Wir wollen hier rüber Bevor der Creeper kommt So Äh Ja 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 komm Zurück zum Spiel Hallo Schwimmst du mal? Danke Ist der hinter mir her? Nein Der vergnügt sich mit dem Mit dem Äh Wie ich da Oh Hier Hier können wir richtig absahnen Ähm Ja Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen Vielleicht können wir hier erstmal ein bisschen Die Bäume abholzen Und ein paar Sitzlinge führen kriegen So Äh So was hasse ich eigentlich Ähm So So Letztes ein bisschen da auch noch So Ja mit Bienenzucht kann Ich erstmal nichts anfangen mit So Ja noch ein Okay 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 Das läuft doch ganz gut So auf dem letzten Drücker Erreichen wir doch noch was So Dann mal gucken Hier vorne Was war denn da vorne Da wollte ich doch auch unbedingt Naja hier haben wir Zuckerrohr Hier die Pilze nehmen wir auf jeden Fall mit Weiß ja nie Hier ist Zuckerrohr Okay Pilze Und da vorne der Zuckerrohr hole ich mir auch Genauso wie die Äh Wie äh Gummibäume hier Äh Gucken ob wir hier schon ein paar Sitzlinge haben Ne Ist was Ja Was soll's Ne So Du Und dann hier die Pilze nicht vergessen Du auch Ja Und die Sitzlinge nicht vergessen So Äh Die haben wir schon Eier gelegt Das ist auch gut So Gib hier Ach komm Jordan Lass doch mal ein paar Sitzlinge fallen Hier Los Einen Würde mir reichen Hab ich schon welche Eichen Ne Doch Einen hab ich schon Geil Okay dann geh ich erstmal hier hinten hin Ob ich dann wieder komme Ist eine andere Frage Hihi Da ist noch ein Huhn Was geschlachtet werden will Okay Das ist auch kein Problem So Zack Oh Hallo Leute Äh Hallo So Das Auch noch das Hühnchen hier So Das Zuckerrohr mitnehmen Ich sollte ein bisschen Sand Fürs Na Kann wir Ne Ist eins für sieben Ich weiß gar nicht Ich nehme ein bisschen Sand mit Ich bin da nicht so sicher Ich höre ein Slime Okay So Äh Ja Dann Gucken wir nochmal Äh Wo war das denn hier Hallo Hä Wo war denn der Gummibomb hier Ach da hinten Ja hier Okay Hier ist noch ein Huhn Und Pilze Oh Ich höre den Slime Oh guck mal So viele Gummibäume noch Aber wir haben ja jetzt Eine Setzlinge Ach da ist er ja Wisst ihr was Den kill ich mal Ui Yeah So Damit wir mal ein paar Slime Bälle haben Weil in 1 4 7 Gibt es die ja noch Nicht so richtig Ich höre Lava Sie höre Lava Okay Ich muss Ich muss aber jetzt Auch nach Hause Ey Damit ich die Folge Benden kann Ich kann doch jetzt Nicht einfach so aufhören Äh So Ich muss leider Ich muss sie noch killen Ich kann es doch Ich muss sein Ich muss sein lassen Ich muss nach Hause Damit ich die Folge Wetten kann Äh Guck Ob hier wieder ein Setzling ist da vorne Ja Okay Den müssen wir auch noch Zwei sogar So Und dann hier hinten Noch gucken Lauf Oh ja Hier haben wir auch welche Dann kann ich den Anderen Leuten auch Vielleicht was abgeben So Ich glaube dann Wisst ihr was ich mache Äh Das ist ja noch 500 Meter Entfernt Äh Ich würde gerne Schneiden hier Aber Lass mal lieber Ich gehe jetzt noch Nach Hause Dann wird die Folge Ultra lang Halt So Aber los geht's Ab nach Hause Oh man oh man Es dauert ja ewig Ey Leute ähm Ich mache mal ein Speed up Ding Mich in kurz In gleich wieder zurück In Windeseile Ja äh Wenn ihr meine Wunderbare Stimme hört Sind wir gerade so Im Speed Rapper Und ich Äh Ja ich spule hier Vor Weil ich jetzt Zum Ende der Folge Würde ich gerne zu Hause Wieder spawnen Es sind nur noch 300 Meter Also Sollte jeder Verkraften hoffe ich Mann renn doch So Gleich kommt der Part Wo ich dann wohl Womöglich Ich nicht mehr rennen kann So Jetzt im Moment Im letzten Moment Noch abge Abgeschossen werden Das wärs jetzt Äh Hier Draußen ist ein Ein Wollblock Und jetzt kann ich mir auch Endlich mal Ein Dings bauen Ein Dings Ja Oh Der war Der weiß ist aber noch nicht fertig Glaube ich Kann ich mir jetzt endlich mal Ein Bett bauen Ich stell mir jetzt mal Erstmal noch hier alles Schön ausleuchten Na Ja Moment Hier nochmal Spawn Den heiße ich Karl Arsch So Ich bin zu Hause Und dann würde ich mich Erstmal hier eben Kurz einbauen Dann würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Ich weiß die Folge war Super lang So Ähm Tut mir leid Aber ich muss ja Irgendwas schaffen Und dann Sag ich danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns Die Nächste Folge Ciao 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 Ciao